Profis am Werke, erst keine Audio und dann machen wir das Spiel aus. Ich kann doch mal nachlesen. 64 müssen wir, ok. Wo sind wir? Wo haben wir die Nummern? Ist hier eine Nummer dran? Oh, da müssen wir ein Stück hoch. Oder geht das in Zehnerschritten nach oben? Hier waren wir gerade. Hier war es nicht. So. Wo sind wir jetzt? Auf welcher Nummer? Ah, so ein Balpan 50. Das wird doch schon mal ein bisschen. Irgendwann steht in so einer Ecke einer. Ja, natürlich. Hier, das licht ganz aus. Ist das hier, wo wir hin müssen? Oh, hier war das. Das Hascho ist kaputt. Ist da jemand? Ist da irgendwas drinne stecken? Oder so? Nö. Der soll so. Das ist so im Plan. Der Treppenhaus-Simulator hier. Das ist ein Walking-Game. Äh, Walking-Simulator. Ah, Müll eigentlich. Ich dachte, der hat einen Stein. Äh, Müll. Ach, ok. Da müssen wir rein. Wir können noch weiter hoch. Ist das das richtige Haus? Nicht, dass wir jetzt einfach beim Nachbarn reingehen? Wir können ja weiter hochgehen. Was passiert, wenn wir weiter hochgehen? Ich will mal gucken. Ja, ich weiß. Ich will aber trotzdem weiter hoch. Ok, du lässt mich nicht weiter hochgehen. Geh auf. Ok, was haben wir denn hier? Kartons, Kartons, Kartons. Ein Zettel. Dear Neighbors, if you don't stop making noises at night, you will call the police. Also, liebe Nachbarn, wenn ihr nicht aufhört, mal den ganzen Krach zu machen, holen wir die Polizei. Wieso klopfst du an? Du bist doch schon drinnen. Mach die Tür auf. Ok, es ist lange keiner mehr hier gewesen. Ich habe einen Schlüssel. Nice. Schlüssel ist schon mal gut. Eine Taschenlampe wäre mir auch lieber. Ich sehe ja legit gar nichts. Ich denke, das soll so. Ah, Lichtschalter. Kein Strom. Ich beschwere mich beim Vermieter. Kann ich den Schlüssel hier einlassen? Wer da klopft? Kann ich den Strom anschauen? Ach, dafür ist der Schlüssel. Ok. Einmal, zweimal. Ich weiß nicht mehr. Dann klopft er wieder zu. Was? Äh, Familienalbum holen. Ok. Kann ich hier nicht irgendwie stöbern? Ich dachte eben, da steht einer. Mal sehen, was haben wir hier? Können wir irgendwas mitnehmen? Ist hier irgendwas von Wert? Kann ich mal ein bisschen Dosen essen? Wollen wir auch nicht. Was haben wir im Kühlschrank? Eintopf voll? Irgendwas. Ok. Scheinbar nicht wichtig. Das kann ich auch nicht mitnehmen. So typische Avenger-Krankheit. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Avenger-Game. Von Click. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Mich alles zu mitnehmen. Da ist dunkel, da gehe ich erstmal nicht rein. Ich bleib erstmal da, wo ich was sehen kann. Oh. Ich schlag mich selber mit der Tür. Ok, das mit dem Sehen wird jetzt erstmal schwierig. Das ist alles, glaube ich, unten. Gehst du jetzt auf, oder? Nicht? Ne, du bewegst dich nur so ein bisschen. Ok, dann halt ich mich. Hier war dich jetzt angegangen. Yay, Old Spot. Oh Mensch, quietsche die Türen. Sie sehen aber echt schämig aus. Hier will ich nicht gehen. Hat ich die aufgelassen? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich alleine hier bin. Oh, war ja dein Kind. Ist das sein Kind? Sind wir das? Weiß ich nicht. Lichtschalter habe ich hier nicht. Zu dunkel. Ja, das ist mir bewusst, aber eventuell war ja da ein Lichtschalter. Hier ist auch zu dunkel. Ja. Ok. Es ist fast unklar. Sicher wurde da rausgeflogen? Ja. Oder? Damit kann ich nichts tun. Was ist das hier eigentlich? Oh, da fällt die Tapet ab. Hat sich da hinter was gesteckt? Ja. Was verändert hat sich auch nicht? Hat sich der Text verändert? Nö. Soll nur... Nee, 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 nee. Mir sollen keinen Kraft machen. Bist du hier rein? Hier ist aber kein Lichtschalter. Doch da. Wunderschöner Wandteppich. Ich hätte schwören können, hier steht dann einfach irgendwie so ein Dummy oder sowas. So. Dann scheint ja nicht. TV, nur Rocking. Ja, da geht nicht. Gut. Kann ich denn auch hier nichts aufmachen? Dann kann ich Büste mitnehmen. Ich hätte die gerne. Oder hier, Matroschka-Figuren. Warum nicht? Eine Zange. Kollege, nimm doch irgendwas mit. Kippen. Fenster ist kaputt. Ja, vielleicht kannst du's ja halt reparieren. Guck hier. Das ist eine Zange, vielleicht ist ja irgendwo ein Hammer. Guck mal. Keine Ahnung. Die Türe da dran packen. Schlüssel im Schlafzimmer. Hinten rechts. Im Schlafzimmer war ich noch nicht. Das Bad. Ah, das Schlafzimmer ist jetzt auch noch okay. Haben wir hier nichts, Scheider? Ein bisschen Bad. Okay. Ah, da. Ich will doch alles in Ruhe angucken. Okay. Ist da ein Kind? Ich hab nur ein Kind. Wofür ist jetzt der Schlüssel? Ach so, das war ja... Das war ja dumm. Wofür brauche ich jetzt den Schlüssel? Was ist denn hierfür? Ich hab den Schlüssel. Aber wofür war der Schlüssel? Mir ist etwas entfallen. Hier war nix zum abschließen. Ne. Ich hab hier ne Tür oder so. Hier ist auch nix zum abschließen, oder? Kann ich den Schrank abschließen? Ne. Immer wenn ich mir sag, dass der zu ist. Im Schlafzimmer war es zum abschließen? Ach, die Tür zu. Der ist ein Weg. Hier konnte ich nicht rein. Mir war es zu dunkel. Hier konnte ich aber auch nix abschließen. Da ist ne Kammer. Da nicht, da nicht. Ne, hier war ja nix. Ne, hier kann ich nicht rein. Meinst du die Kammer hier? Oder draußen? Ne, draußen hatte ich nicht. Hier ist ne Tür. Seht ihr was? Ne. Ach hier! Da ist ne Kammer. Ich dachte das wär die Tür von dem Raum. Türblech wär nicht so günstig. Oh, guck mal hier. Schrauben muss hier. Ähm. Okay. Ich hab aber nen Schalter. Nice. Entweder hat jemand sehr unglücklich mit nem Schraubenzieher gezielt beim Schrauben anmontieren, oder mit dem wurde was anderes gemacht. Close, okay. Wenn ich noch nen Schösses bin, ist der wahrscheinlich hierfür. Hallo? Lass mich jetzt da durch. Hier hätte ich schon längst ausgehoben, wenn das meine Wohnung wär. Hey, so sieht's nicht aus. Was hier? Ne. Ah, da. Irgendwo atmet auch einer ganz schwer. Oh. 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 Fucking Puppe. Wie so sind's immer Puppen. Album. Album. Das ist doch noch das. Geht aus. Ja, aber ich will doch das Album haben. Bobby, willst du, dass ich rausgehe? Er hat aber auch Dinge gesehen, oder? Ja, der hat ja auch erschrocken die Puppe. Nicarala mitnehmen. Nö. Das blätter doch bis hinten schon. Was haben wir hier? Ein Jojo? Da ist ja noch was abgeschlossenes. Das krieg ich auch nicht auf. Okay, da brauch ich ein Schloss. Hier gibt's nix mehr. Ist das auch nix mehr, Bobby? Wetter, wenn ich rausgehe, ist der weg. Ich dachte, ich find hier was. Nö. Wahrscheinlich. Find ich den Jungen, der vermisst wird, oder? Ich hab ja schon mal den roten Sneaker gefunden. Gibt das an der Tür? Warum krieg ich jetzt einen Puls? Hat der Angst im Dunkeln? Ich kann ihn gar nicht verstehen. Im Dunkeln sieht man, er fällt über Sachen drüber. Sollen wir jetzt einfach gehen? Ich glaub, wir können nicht einfach sagen, okay, tschüss. Nee. Wohnzimmer. Das schließt schon wieder aus. Sicherung raus? Oh no, jetzt. Okay. Wo ist das? Kränze? Also hier ist ja der Teppichboden. Das ist in dem Weiß. Wo war ein weißer Bügel? Na, guck mal da. Hey, im Ruh. Okay, get out. Das krieg ich hin. Wahrscheinlich darf ich das nicht. Ja, wahrscheinlich darf ich das nicht. Ey. Du hast hier nichts verloren. Oder ist mein Opa doch gar nicht so tot. Okay. Bobby? Oder Jimmy? Ich hab keine Ahnung, wer ich nicht genannt habe. Da ist jemand. Hat der dir was getan? Ja, Mann. Es wird deswegen so erschrocken. Das Buch kann ich nicht nehmen. Okay. Bist du jetzt da rein? Kann ich dich... Ja. Wieso gehen mir die ganze Zeit Türen auf? Der wird ja nicht durchs Haus rennen. Der ist ja dann gerade an mir vorbeigelaufen. Kann ich nicht einfach... Kannst du jetzt mal aufhören die Lichter auszumachen? Apropos, hat er nicht eben ein Telefon gekriegt? Das wird wahrscheinlich nicht in der Küche sein. Schiffttouren, ja. Wirklich weit drin? Was hast du mir der Tür getan? Wohin soll ich rennen? Ähm. Das soll so nicht sein. Will das Haus mich jetzt fressen? Kann ich hier so... Wieso sagt er mir shift to one? Wohin soll ich rennen? Und vor was soll ich rennen? Buchst du mich an eigentlich? Ja, dann verfolgst du mich auch nicht. Neue Sachen gibt es hier nicht. Bis auf diese seltsame... Hm. Sieht aber auch echt fertig aus. Der mümpft da hier Karotten. Was soll das? Kann ich da rein? Was soll ich da sehen? Der rammt doch da was, oder? Na ja, knuspert! Muss ich mir das angucken? Wie er den abknuspert unter mir ist. Kann ich mich klopfen und mich fressen lassen? Ist das so? Okay, machen wir den Tür einfach zu. Eigentlich jetzt einfach... Nö, das ist immer noch die Gedärmewand. Boah, die Schalter. Nur die echt beim beim Video-Beschweren. Findet ihr das ne zweite Schalter? Ne, das ist ne Steckdose. Kann ich ihm nicht einfach irgendwas nehmen und ihn einfach auf den Kopf hauen? Wenn er nicht hinguckt? Ach du, du spielst jetzt. Erschreckst du mich wieder? Pass an. Lasse nicht Schalter nur. Das ist nichts Neues. Ich finde nichts Neues. Kommt da jetzt auch noch einer raus? Okay. Radio. Radio war in der Küche, glaube ich. Oder? Irgendwo hatte ich ein Radio, glaube ich, gesehen. Okay, hier wird's lauter. Ist das doch ein Wurzeln? Ich war der Meinung, irgendwo wäre ein Radio. Na da, guck. Okay. Ich soll anscheinend hier hin. So, doch. Ah, guck mal. Ich hab was gefunden. Soll ich gefunden? Was ist das? Kannst du eventuell das vielleicht hochnehmen? Oder nicht? Hm. Der ist ganz schön groß. Kann ich die? Mach die Tür zu, Kollege. Ich hab nichts gesehen. Ich bleib hier bei Bobby. Oder Jimmy. Oder wie auch immer ich das Viech jetzt genannt hab. Kann ich nicht einfach hier bleiben? Kann ich Polizei rufen? Wahrscheinlich eher wenige. Aber Poli sitzt auch keine Rutschen, oder? Ja. 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 Okay. Ich habe jetzt immerhin diese Finger auf Wun. Ja. Es stimmt. Mach. Ich wollte die Tür zu machen. Na, ich geh durch. Na. Er hat auch generell den kompletten Schalter geklaut. Er ist nur da. Er ist nur da, wenn es dunkel ist. Okay. So, machen wir mal die Türchen zu, dass uns keiner stört. Ich sagte, die Tür machen wir zu. Die Tür bleibt zu. Schön aufpassen. Jetzt habe ich zwar die Schlöße, aber ich habe ja den Code gar nicht. Wie finde ich den jetzt? Ja, würdest du bitte einfach probieren? Ah, ok. Ok, ich habe rot, grün, blau und gelb und jede Menge Symbole. Ich brauche auf jeden Fall ein Stück. Jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwie... Weil raten ist ja wahrscheinlich eher weniger die Option. Who can hide under the bed? Ja, wie? Ah, ok. Aha, aber... Ah, guck mal, grün! Ok. Das ist... Was sind das? Das ist wie so... ...ne 3... ...und ne Anderung... ...und 3... ...und in der Mitte mit so einem Strich. Habe ich hier noch irgendwo was anderes? So. Ah, ok. Gucke mich raus. Hallo? Ah, da? Ok, blau. Ist das irgendwie ein M? Das ist irgendwie seltsam. Mit X für ein M? Ich kann gerade nicht. Bin beschäftigt. Ich muss zeichnen. Wollen wir zeichnen? Sind die alle hier im Zimmer versteckt? Oder muss ich raus? Muss ich jetzt wegen den... Dings? Da ist dieses M. Ich habe das irgendwie falsch gezeichnet, aber ich werde es einfach finden. Ok, der weigert sich da. Also ich muss sie im Zimmer finden. Ok. Dahinter ist nichts. Im Spiegel ist nur das M. Auf der anderen Seite? Irgendwo? Ich nehme mal unter das Bett. Ne. Nur in dem Zimmer. Ok, kann ich Tapet abreißen? Ah, wo kann ich zoomen? Hilft mir das? Gerade auch nicht. So sieht es so schlimm aus. Weißt du das? Kann ich auch nicht hin? Kann ich hier irgendwas anklicken? Ah, guck mal. Ok, gelb. Was ist denn das? Was ist denn das? Eis und Reis? Nein, das brauche ich noch. Ah! Ok, gut. Das passt ein Feig. Das ist ein Feig. So. Da hab ich... Ey, komm! Ok, gut. Das ist dieses Fast-Dreieck-Grün. Das ist dieses Fast-Dreieck-Grün. Das ist das Konische-3. Was könnte davon das... Das ist eine 8. Das könnte das sein. Blau war dieses Konische-M. Das müsste das hier sein und das... Ja! Gratulation, ihr habt's geschafft. So, was hab ich denn... Na dann! Oder... Ein... Flashlight. Yay, ich hab Licht. Du siehst so noch schlimmer aus. Weißt du, das hast du gut oder genau so... Ich vermute jetzt mal, Licht geht gar nicht mehr. Nö, warum sollte es auch gehen? Oh, dem geht es nicht mehr gut. Ist das unser Opa? Ne, das ist der Junge. Rote Shorts, rote Schuh und weißes Oberteil. Okay, wir haben den Jungen gefunden, aber ich glaube, das sieht auch nicht sonderlich gesund aus. Ein Stuhl? F? F für Fail? Eine Schnur. Wollte er sich immer an der Hänge oder war jemand festgebunden? Okay. Kann ich denn der Schnur ziehen? Kann ich auf den Stuhl? Sieh mal an der Schnur! Da muss ich nicht mehr genau machen. Okay, aber mehr als Stuhl und Schnur haben wir hier nicht. Was soll ich tun? Und das F? Lichtaus. Achso, F für Lichtaus. Oh. Hier, hören. Was? I burried him in country. Er hat ihn in Beton verbuddelt. Das ist nicht nett. Oh, er hat mehr Text. Okay. I burried him in country. Ich habe ihn in Beton verbuddelt. Geh zu der Stimme, die du nicht hörst. Ah, jetzt ist die Tür auf. Geh zur Stimme in der Dunkelheit. Jetzt höre ich Stimme in der Dunkelheit. Ich höre Geräusche oder Gestimmen. Geh zur Stimme in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt gerne zur Stimme in der Dunkelheit gehen. Moment. Ich will doch nicht unbedingt den Mann kennenlernen oder Frau, wer auch immer. Der wurde eingemauert. Nicht außen. Nicht außen und nicht. Nein. 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 Nein.